Am 29.04. gastiert der VfL aus Nahrbrück bei den Sportfreunden Lotte zum Auswärtsspiel das Nachbarschafts-Duell. Bei mir ist Dominik Lehmkuhl. Der hat sich für dieses Duell am 29.04. etwas ganz Besonderes ausgedacht. Vielleicht habt ihr schon davon gehört, es geht um eine Fahrradtour zum Auswärtsspiel. Dominik, erklär doch mal ganz kurz, was hat es damit auf sich? Ja, also wir treffen uns mit allen, die lustig sind, die Spaß haben am Heger Tor und fahren von dort aus zum Auswärtsspiel. Es sind auch diejenigen herzlich eingeladen, die keine Karten bekommen haben. Und ich hoffe einfach, dass wir eine gute Truppe werden, schön in Liederweiß, dann nach Lotte fahren und dann natürlich da auch drei Punkte holen. Jetzt muss man sich natürlich fragen, wie seid ihr darauf oder wie bist du darauf gekommen, da so eine Fahrradtour zu machen, auch wenn es die Kilometer sind, natürlich nicht so viele, aber wie ist die Idee entstanden? Ja, die Sportfreunde haben ja die letzten Jahre immer wieder im Aufstieg gekratzt. Also konnte man den Gedanken schon früher bekommen. Ich weiß noch, es war eines der ersten Spiele der Sportfreunde Lotte, wo es dann tatsächlich um den Aufstieg ging. Damals hat dann Dortmund 2 den Aufstieg geschafft. Da hatte ich schon zu Freunden gesagt, ja, wenn die es denn heute packen, dann können wir ja mit dem Fahrrad hinfahren. Dann ist es ja die nächsten Jahre nichts geworden. Und jetzt, als die Sportfreunde es dann gegen Mannheim geschafft haben, war dann klar, diesmal fahren wir mit dem Rad hin. Und als sich dann doch einige angemeldet haben, war es auch klar, es würde wahrscheinlich etwas größer werden. Also wir hören, die Veranstaltung steht auf professionellem Bein. Heißt jetzt für den VfL-Fern, der Lust hat daran, Zeit zu nehmen, konkret was? Also wo muss er hinkommen? Was muss er mitnehmen? Also los geht's am Hegator. 11.15 Uhr ist das Treffen und die Abfahrt ist ungefähr für 11.45 Uhr geplant. Man sollte ein Rad mitnehmen, gute Laune, lila-weißen Schal nach Möglichkeit und eben Freude an einem Fußballspiel. Die Streckenführung geht jetzt quasi irgendwie so diagonal Richtung Lotte. Werdet ihr begleitet von der Polizei? Sind das Sperrmaßnahmen geplant oder ganz klassisch auf dem üblichen Radweg? Ja, teils, teils. Die Polizei wird tatsächlich diese Tour begleiten, je nachdem wie viele Leute es werden. Das kann man zum gegenwärtigen Zeitpunkt ja noch nicht abschätzen. Werden dann auch Teilabschnitte dieser Strecke gesperrt, um auch für die Sicherheit zu sorgen. Und wenn ich mir jetzt Gedanken mache, ich fahre da mit, habe ich die Möglichkeit, das Fahrrad dann auch im Stadion abzustellen? Seid ihr da schon informiert worden? Ja, also mir hat der Bürgermeister Lammers aus Lotte garantiert, dass dafür Sorge getragen wird. Auch unabhängig von dieser Veranstaltung, aufgrund dieser Nähe werden ja sehr viele Radfahrer vor Ort sein. Und deswegen gehe ich davon aus, dass auch genügend Radstellplätze vor Ort da sein werden. Wir sind sehr gespannt, wie viele VfL-Fenster tatsächlich mitfahren. Kannst du einen kurzen Überblick geben, was die Facebook-Veranstaltung geht? Also kleinen Indikator vielleicht. Wie viele Personen haben sich da bis jetzt zumindest angemeldet? Anmeldungen haben wir jetzt über 220 Stand heute. Interessiert zeigen sich über 500 Leute. Wie viele es dann werden, muss man einfach mal abwarten. Was schätzt du? Hast du ein Ziel vor Augen, das du gerne erreichen möchtest mit dieser Tour? Also jetzt speziell, was die Personenanzahl angeht? Eine magische Grenze wäre 100 Leute. Das wäre ganz schön. Wenn es aber 500 Leute werden, ist es auch nicht schlecht. Und wenn es am Ende nur 50 aufgrund des Wetters werden, dann freue ich mich auch. Weil Hauptsache wir haben Spaß an dieser Radtour und da kommt es sich auf die Anzahl der Menschen an. Wenn ich da selber mitfahren würde, hast du schon gehört, dass vielleicht der eine oder andere vom VfL selber auch schon mitfährt. Auf welche Mitfahrer kann ich mich da sozusagen freuen? Ja, also eine konkrete Zusage habe ich tatsächlich von Uwe Brunn, der gemeinsam mit seiner Frau mitfahren wird. Ansonsten bin ich jetzt noch in Kontakt mit dem VfL, versuche ein bisschen Werbung zu machen. Vielleicht bekommt man den einen oder anderen Altstar dann doch noch aus Rad, dass er uns dann an diesem Tag auch begleitet. Jetzt bist du ja kein gebürtiger Osnabrücker. Umso spektakulärer, dass du auf diese Idee kommst und den Weg zum VfL gefunden hast. Erklär doch mal ganz kurz deine Geschichte. Wie bist du zum VfL gekommen? Ja, wie bin ich zum VfL gekommen? Ich bin damals durch Studium hier nach Osnabrück gekommen. Wenn man dann nach Osnabrück kommt, da gehört der VfL einfach dazu. Direkt in meinen ersten Tagen hier habe ich dann auf eigene Faust mal ein Spiel besucht, damals noch in der zweiten Liga. Habe dann auch hier Freundschaften geschlossen und habe dann einen ganz guten Freund kennengelernt, der auch eine Dauerkarte auf dem Affenfelsen hatte und hat gesagt, ach komm doch mal mit, hier ist Fußball noch richtig ehrlich. Und dann packt der VfL einen eigentlich ziemlich schnell. Und ja, und von da an habe ich eigentlich auch eine Dauerkarte, habe mir dann direkt die Rückrundendauerkarte geholt. Und seitdem auch keine Dauerkarte mehr abgegeben. Sehr gut, so soll es sein. Jetzt schauen wir vielleicht mal ganz kurz sportlich auf dieses Spiel. Das Hinspiel war ja für den VfL sensationell gut gelaufen. Wie sind deine Erwartungen so ans Rückspiel? Ja, wie würde Joe sagen, sehr schwerer Gegner. Es wird definitiv, ist eine besondere Situation. Aber ich gehe davon aus, dass wir dort mit breiter Brust ins Spiel gehen werden. Und dann am 35. Spieltag ist es auch noch um alles geht und wir dann dort drei Punkte einfahren und einen ganz, ganz großen Schritt Richtung Aufstieg machen. Das sind Worte, die hören wir natürlich gerne. Also, wenn ihr Lust habt, mit teilzunehmen an der Fahrradtour zu den Sportfreunden Lotte am 29.04., dann kommt zum Heger-Tor. 11.15 Uhr ist dann Treff am 29. Und um 14 Uhr geht das Spiel los in der Frimo Arena oder im Frimo Stadion in Lotte. Also meldet euch an bei Facebook oder kommt einfach so zum Treffpunkt um 11.15 Uhr. Radelt mit in den Farben lila-weiß zum Auswärtsspiel nach Lotte. Danke dir, Dominik. Danke.